Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hellblade Senua Sacrifice. Ja, wir haben ja in der letzten Folge gleich mal drei oder vier Splitter eingesammelt und uns fehlt nur noch der letzte und dann sind wir eigentlich damit durch. Ich will mal wissen, was gleich geht. Für all diejenigen, die übrigens noch auf meinem Kanal sein sollten, in der Videobeschreibung, da findet ihr einen Link, wo ihr aufklicken könnt, um euch die letzte Folge oder wenn ihr mehr verpasst haben solltet, die letzten Folgen alle anzusehen. So, also, dieser Baum hat ein ganz geiles Schwert für uns parat, denn wir müssen ein, ja, Götterschwert oder ein Schwert für die Götter fertigen. Dazu müssen wir, wie gesagt, diese Splitter hier einsammeln, die auch mit Erinnerung zu tun haben. Also man muss erst Prüfungen der Götter ablegen, so wie es scheint. Mal gucken, was die letzte Prüfung jetzt. Und, ja, gegenüberstehen oder stellen wird. Die Norden sagen, dass ihr Allfather, Odin, ihre Augen hat, in exchange für ein Drink von Mimir's Well, die Welle der Wisdom. In Blindness, there can be Wisdom. Only by giving, can you receive in return. For this reason, I give my life, and pass on my stories of the Northmen, to you, Senua. Okay. Where am I? I cannot see. Who's there? Can you hear me? I'm right here. Can't you see me? Help me. Breathe slow. It's the time. Stay still. Empty your walls. Tell me, was you feel. Breathe. Good. And there is a way out. I can't tell where it comes from. Yes, you can. Okay. Da ist was? Können das sehen? Sieht aus wie eine Tür. Yeah, das. The voices, they've gone. I'm still here. It's so quiet. It's so dark. It's okay. Listen to your own breath. Let it rise and fall. Good. Be aware of everything you hear and fear. Let your senses guide you. Alter, wenn man nichts erkennt, ist das schon echt krass, ne? I can't go on. Lillian? Find a way. I'm not leaving you here. Gibt es hier noch einen anderen Weg, den ich vielleicht nicht gleich sehe? Ah, hier ist eine Fackel. Da hinten ist auch was. Okay. Also, das ist schwer, ne? Das jetzt hier gerade zu fassen. Ich weiß vor allen Dingen auch nicht, ob ich im Kreis laufe. Also, hier scheint Wind aufzukommen. Was ist da? Was ist da? Okay, wartet mal. Was ist hier? Könnte Wasser sein. Hier ist ein Bogen, oder? Torbogen? Nee. Alter, ist das schwer, so zu spielen. Ist ja fast so, als wäre man selber blind. Komm zurück. Hörst du mich? Komm zurück zu mir, Sennus. Komm, mein Gott. Ey, wenn man nix sieht, ist halt schlecht, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob man mehr sieht als ich, aber ich sehe eigentlich nix. Geht es hier weiter runter? Ja. I've reached the water. Good. That's your way up. Follow it upstream. Strum aufwärts. Okay. So sorry. I thought I left this all behind. Don't be sorry. It's not your fault. He was right. It's inside of me. It won't let me go. Okay. I love it. My father. He taught me the hardest battles that fought in the mind. Not the song. Okay. Okay. Proved that to me in a warrior trial. This is just another battle. You can beat it. Ich bin jetzt ein Problem. Du musst nicht helfen. Ich will nicht. Ich will nicht. du bist ein großer Warrior. Du musst mich nicht mehr helfen. Okay, ich will dir mein Bestes. Ich weiß, was du denken. Er ist nicht wirklich hier. Es scheint, dass es kein Flüchtling in diesem Ort gibt. Und so ist sie verpflichtet, sich zu leben. Und was Ende? Okay. Stimmt, das ist ein Haus. Und ich muss nach oben, wie es aussieht. Okay, das ist ein richtig geiles Level. Also, ich liebe es jetzt schon. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dillian. Es ist etwas in dir. Wenn du siehst? Nein. Okay. 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 Ich muss also an dieses Wesen vorbeischleichen, was auch immer es ist. Boah. Boah, da kriegt man ja selber ein bisschen Schiss. Obwohl es kein Horrorspiel ist. Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, wo ich hin muss, Mann. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Okay. Okay. Da ist eine Licht. Was ist das denn? Was ist das? Ich muss also vorbeischleichen. Das ist krank hier, gerade die Stelle. Die ist richtig krank. Und wo ist hier was? Oh, oh. Okay, bis jetzt haben wir es ja gut geschafft. Da ist wieder so eine Art Gebäude, wie es aussieht. Und da geht auch eine Tür rein. Oder ein Torbogen ist da. Ich weiß nicht, wie ich das immer ausdrücken soll. Okay. Also die Dunkelheit testet mich. Aber ich habe die Oberhand. Ich sehe halt nichts. Also ich sehe noch weniger als nichts. Ey, ich muss mal jetzt was einstellen, Leute. Ey, das geht gar nicht. Ich sehe nichts. Bin ich überhaupt richtig? Ich sehe nicht durch. Von wo bin ich denn überhaupt reingekommen, Mann? Von da bin ich doch reingekommen, oder nicht? Ey, ich sehe hier nicht durch. Aber das ist ja jetzt richtig schwer. Weil man absolut nichts sieht. Ey. Das ist behindert. Ich sehe nicht durch. Wo geht es denn hier lang, Alter? Ich sehe hier nicht durch. Alter. Falter, Mann. Okay. Aber ab geht's. Ich soll mich nicht umdrehen. Ach du Scheiße. Ey, ich renne jetzt. Ist mir jetzt alles kackigal. Okay, jetzt einfach dem Licht folgen. Sollte ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen können. Okay. Ich renne ein bisschen. Wow. Okay, das ist eine Pflanze. Vielleicht immer stärker. Vertreu deine Sinne. Okay. Okay. You see me? Yes. Your eyes were opened, but you were gone. And when it finally let her go, she could be anywhere, with no memory of how she got there. When it comes for me, I have no power. But here, for the first time, someone was there to help. But I heard your voice. Your brother was there. You found your own way back. All you needed was a little help. A little help. Boah, krasse Sache. Okay. Go get the sword. Dann können wir jetzt das Schwert holen, womit war hoffentlich... You will have Odin's blessing to walk a goddess into the halls of Helheim and challenge Helheim as an equal. So Dillion was helping me. So ungefähr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich der allerletzte Kampf wäre. Wenn ja, wär's geil. Ganz ehrlich. Ich bin so mega geflasht von dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so großartig wird. Obwohl es ja schon sehr, sehr gute Bewertungen damals hatte. Ne? 2017. Und da ist also das Schwert. Holen wir es uns und treten gegen Helha an. An. Dillion gave her the strength to pass the warrior trials. And she saw a way out. To leave her past behind. And become a warrior. In Dillion's clan. Go back, go back, go back, go back. The sword is tainted by the gods of darkness. Kermit. Leave it. He left it here. He wants me to take it. You will pay a price for this. But years later, with Xinbel's parting words still haunting her, the darkness came back with a vengeance. A plague. Dillion. Everyone suffered. My father was not supposed to die like this. Dillion. Do you see it clearly now, Senua? The suffering you've caused. This is your fault. You brought this plague to us. You have life on your hands. You have life on your hands. Willst du mich jetzt gerade verarschen? Okay, ich muss erst die Dunkleheit vertreiben. Damit ich sie angreifen kann. Und? Alter! Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Agony. Boah, Alter! Oh, ich weiß. Okay. Okay. Ey, Alter, gegen zwei von den großen, starken Viechern ist es schon nicht gerade so einfach. Aber... Wir haben es ja gleich geschafft. Und, ausweichen. Ja. No! What? Alter! Nein! Komm schon, komm schon, komm schon! Jetzt mit der Licht von Odin! Wir haben es ja nicht gesehen. Wo, wo, wo! Ja, ich weiß, danke sehr. So, komm schon! Und... Bam! Alter, Falter, was geht hier gerade ab? Eine total actionreiche Folge, aber sowas von, ne? Okay. Wir haben es ja nicht gesehen. Ha, 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 ha! Aha! Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! So! Wo muss ich jetzt überhaupt hin? Wo kommen sie zu? Wunder, unwichtig, dass sie nicht. Sie sind beide traurte. Sie sind beide traurte. Sie sind beide traurte. Sie sind beide traurte. Sie sind der Evervelleren Mann, die handelt baik den Dunkelnusschleuchte. Segen Sie das her? Sie, auch hat sie das convinigt. Sieonalte die Gehen der Dunkelheit. Aber sie war nicht da, was sie zu tun. Oh mein Gott. Boah, krass, Mann. Ich wollte gerade abwehren. Das hat aber nicht funktioniert, Mann. Alter, willst du mich jetzt gerade verarschen? Jetzt bin ich gerade tot. Wie übertrieben ist das denn jetzt vom Schwierigkeitsgrad her? Jetzt kann man von mir nur noch Kämpfe. Mein Ja ist gut, Alter. Man kann es auch übertreiben, Junge. Ich bin gleich wieder tot. So, jetzt aber. Was? Mann, ey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, Alter. Das ist viel zu übertrieben, Mann. Was willst du denn da mitunter machen? Mann, ey, ich kann mich noch nicht mal mehr bewegen. Ich bin gleich schon wieder tot. Ey, der Kampf ist einfach nur absurd. Der ist wirklich absurd. Ich habe schon lange keinen Bock mehr auf den Kampf hier gerade. Weil der so übertrieben heftig ist. Ah, es kommt noch mehr. Na, ist klar. Ist normal. Wenn es nicht so heftig wäre, ne? Dann wäre ja alles in Ordnung. Aber ich habe auch ein paar Tage nicht gespielt gehabt. Also, vorher. Junge, Alter. Die und ihre scheißbehinderten Kämpfe. Ey, ich bin gleich wieder tot. Mann, Alter. Ich kann hier nichts machen. Das kann doch immer nicht wahr sein jetzt. Kannst du vergessen. Ey, willst du mich jetzt langsam verarschen? Alter, es ist ein heftiger Kampf, Mann. So, aber jetzt. Junge. Ey, mich wundern, wenn sie alleine gegen die Nordmänner gekämpft hat. Ja, also gegen die Wikinger. Wow, wow, wow. Okay, der ist auch down. Okay, der ist auch down. Okay, der ist auch down. Okay, weg. Hey, komm. Okay, komm. Okay, komm. Wo muss ich jetzt hin? Oh mein Gott, kommen wir an mir! So, stirb! Oh, yeah! Aber es werden immer mehr, ne? Also ich kann machen, was ich will. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin ich. Okay, geht doch. So. Ey, der kann doch schon wieder unterbrechen, ne? Und jetzt aber? Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Was war denn das jetzt schon wieder für ein Schwachsinn? Ey, der kann genauso schnell angreifen wie ich. Das ist total dämlich eigentlich. Und schon wieder der. Und du bist noch immer noch ein Schwachsinn? Ja. 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 Oh, das ist das, was du bezogen bist, ist das, was du, wenn du you hast. Give the darkness for once, let it swallow your soul, and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him, even if his soul could be rescued? Und jetzt stirb endlich da hinten. Es werden immer mehr. Was soll ich denn da machen? Der Kampf hört gar nicht mehr auf. Vielleicht ist es ja so gemacht, dass man hier sterben muss. Oh, es werden immer mehr. Ey, ich weiß nicht, was ich tun muss, Mann. Alter, das war ein heftiger Kampf. Alter Falter. Puh. Ich dachte schon, das hört gar nicht mehr auf. Was, Mutter und Tochter sind also tot? Wie ist es damit gemeint? Waren wir vielleicht schon die ganze Zeit tot? Das wäre krass. Oh, weia. Das wird bestimmt das letzte jetzt hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Someone was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Will you still believe in Jesus or not? In us? Come back to me. Please. Come back. Please. Die schwersten Bezüge sind in der Nacht. Sie gab ihr die Worte mit der Worte zu kämpfen in mehreren Art als eine. Und sie gab ihm ihre Worte, Sie wollte nie überraschen. Alles, was sie brauchte, war ein bisschen Hilfe. Ein bisschen Hoffnung. Warte mal, ich muss mal ganz kurz... So, besser. Also sie war für alles mögliche verantwortlich, hat man gerade gesagt. Also hat sie die Scheune geschlossen, wo die ganzen Leute am sterben waren? Ich schätze mal, der Endkampf wird jetzt mit Hela erfolgen. Die Einzigen, die sie nur noch nie im Stich gelassen haben, war neben ihr Freund oder Mann halt ihre Stimmen. Und Symbil war also ein Lügen, ne? Okay, also wahrscheinlich wird sie jetzt die letzte Folge gewesen sein, ne? Geh mal, und schau. Just up there, listen to us. Hm? Geh nicht durch. Geh nicht durch. Geh nicht durch. So clever. Warum tust du uns? Oh, sie hat es gemacht. Sie hat es gemacht. Danke, ich habe dir gekehrt. Geh jetzt. Geh, geh hoch! Geh hoch! Geh hoch. Da ist eine Tür. Okay, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Vielleicht ist es da noch schon ein Ende. Oder wir kämpfen noch ein letztes Mal. Into the Mountain. Warte, ich kann die andere Richtung auch hoch. Okay. Habe ich gerade nicht gesehen. Äh, what? Es ist ja gerade noch so aus, als ob die Tür... Ach, die Tür. Diese Brücke hier noch richtig da stand. Strange. Naja, ist egal. Okay. Dann gehen wir mal rein. Okay. What's that? Get back! A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. What? Mein Schwert ist hier völlig nutzlos? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Also wahrscheinlich entweder da lang, oder ich muss hier lang, da ist nämlich Licht, ne? Run! Run, head back, you two days old. Don't be fooled. The beast is still here. Who is it? No. It's a trick. Mother? You killed her? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. It's so full of hate. It's a flower of heart. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. And they won't be with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? He's coming. Senua! Help me! Help! Get me out of here! Don't go! Where has she gone? She's disappeared again. She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. Okay, also, es könnte sein, dass es vielleicht doch nicht die letzte Folge wird. Ich weiß es nur nicht. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Oh my god. Well, wenn jetzt die Dunkelheit wieder da ist, dann muss ich ja wieder wegrennen. Versteht ihr, was ich meine? Tatsächlich muss schnell sein. Geht nicht anders. Los! Okay. Ist er rüber? Ich brauche das wahrscheinlich, um das hier zu sehen, ne? Aber da drüben kriege ich bestimmt eine Fackel. Ich glaube, ich muss doch noch eine Folge machen. Und das ist echt ein bisschen doof, aber... Jetzt noch schön alles anzünden. Okay. 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 Ah! Okay, noch zwei Ruhnen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Wir haben nur gehört, dass Garm auf uns wartet. Verdammt, man. Ich kann die Folge nicht über eine Stunde lang machen. Das geht auch nicht. Ich muss sie doch noch mal. Ich muss doch noch eine Folge raushauen. Geht nicht anders. Hier kann ich erstmal die Düruf machen. Also ich werde jetzt noch ein Symbol versuchen zu finden. Und dann muss ich leider ausmachen erstmal. Ne, hier bin ich doch lang. Was mache ich denn für ein Quatsch? Okay. Einmal hier lang. Da geht es aber danach unten, wo ich sowieso schon war. Jetzt bin ich hier? What? Ich bin verrückt. Ich bin verrückt. Da unten ist auch noch ein Licht. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. What? Ey, willst du mich jetzt gerade verarschen? Alter, das ist doch mal total behindert, Alter. Einfach mal so jetzt ein... ...ein Vieh reinschmeißen, womit man gar nicht erst rechnet. Ey, das... Ja, das war jetzt ganz im Ernst. Wie komme ich dann auf so eine Idee, so Müll einzubauen? Alter, das ist dämlich, Alter. Ja, das war jetzt. 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 Ja, nee, ist klar. Ich krieg hier gleich ein Raster, Alter. Das kann ich absolut gar nicht leiden. Das fies genau so schnell wie ich. Das ist doch total behindert. Mann, Alter. Nee, das kotzt mich grad mega an. Wie kann ich denn so einen scheiß Kampf hier noch einbauen? Ey. Ey, das ist so behindert, Alter. Alter, wollt ihr mich alle verarschen hier, oder was? Wie kann ich denn so einen Kampf noch hier einbauen? Das kotzt mich richtig derbe an. Ey. Ey, das kotzt, nee, das ist mega dämlich eigentlich. Ey, nee, Leute, da fällt mir nix ein. Also, das nervt mich gerade mega. Ich dachte jetzt, das würde jetzt ein bisschen einfacher werden. Ey, warte mal. So, Leute, aber ich würde mal sagen, das werden wir dann beim nächsten Mal uns weiter angucken. Ganz ehrlich, mir fehlt noch, glaube ich, ein Zeichen. Nee, mir fehlt gar nix mehr. Aber ich denke mal, das wird jetzt einfach auch zu lang, ne? Oder machen wir es jetzt doch noch? Da fehlt mir nur noch ein Zeichen. Boah, das Zeichen mach ich noch, ey. Es geht mir auf den Sack. Wo ist das letzte doofe Symbol? Mir fehlt ein einziges Zeichen. Warum wird mir das letzte Zeichen eigentlich nicht angezeigt? Da bin ich runter. Ey, ich weiß nicht, wo das letzte Zeichen sein soll. Das Problem ist auch, äh... Ja, da komm ich nicht rein. Das ist natürlich klar. Ich kann nicht noch anzünden. Dann muss ich doch jetzt eigentlich da gleich hinkommen, wo das gerade war, oder nicht? Genau. War ja klar. Tja. Also das letzte Symbol, das verstehe ich dir nicht. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, wo es sein soll. Wir spielen jetzt schon fast eine Stunde. Und ich bin hier eigentlich schon überall gewesen. Ne, außer nach oben. Da bin ich, glaube ich, noch nicht gegangen. Oder hier hinten. Ja, und was jetzt? Ey, ich kapier das nicht. Ich habe doch das letzte Symbol auch noch besorgt, oder nicht? Mann, ich verstehe das Spiel nicht, Mann. Ey, Alter, nee, das ist mir gerade zu doof. Ich weiß nicht, wo ich schon war und wo ich nicht war. Das geht mir gerade voll auf den Piss. Nee, muss ich halt ein bisschen schneiden. Geht halt nicht anders. Ey, das geht mir auf den Sack hier gerade. Also ich habe auch schon überall eigentlich alles angeguckt, ne? Da ist es doch. Oh, das hatte ich doch eigentlich schon. Boah, Junge, ey. Das ist so nervig, dass man sowas eingebaut hat, ey. Ey, Leute, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll, das Symbol. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht ändern. Wir gehen jetzt nur nach oben und das war es dann erst mal. Ich kann es jetzt nicht ändern, ne? Ich wollte es jetzt eigentlich zu Ende spielen. Aber ganz ehrlich, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und ich nicht weiß, wo das scheißletzte Symbol sein soll. Dann komme ich halt auch nicht weiter, ne? Ja, Leute, dann hat es mich erst mal gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Ich würde mich auch sehr bei einem Abo, einem Like oder einem Kommentar eurerseits sehr freuen. Und wie gesagt, wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bis dann und tschüss! Also, bis dann und tschüss!